So, die Ari guckt nach den Kühen und den Schafen. Zwischendurch gibt es auch eine Reihe. Komm, Marie. Das ist alles sehr, sehr interessant. Und dann gibt es noch die Mäuse. Und hier läuft die Mäuse mit der Mäuse, die gerade zum 150. Mal angiert hat. Wie ihr seht, haben schönes Wetter, die Kinder sind bei Wolken, aber im Moment ist es geil. Okay, wir sagen alle. Tschüss. 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 Tschüss.